Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Diesmal mit den Perks kalter Rückenschauer, Selbstversorge, Adrenalin und Flink. Die Herausforderung habe ich immer noch nicht geschafft. Die ist auch verdammt schwer. Mal gucken, wie lange er es jetzt braucht. Ah. Na endlich. Gut, aber auch Zeit. So, macht bereit. Ich will ins Match. Ah, dieses Warten macht müde. Nein, letzte Sekunde noch. Was sollte das denn? Mal gucken, welcher Killer. Mal gucken, welcher Killer. Die Wartezeit war ja auch schon jetzt lang genug. Uch. Oh, Bluthütte! Also, Ruin hat sie. Ah, hat Franklin's. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Verdammt! Und damit wäre die Herausforderung gescheitert. So, einen Generator haben wir. Ich heile mich mal. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. So, Generator machen, würde ich mal sagen. Da hinten ist er. Der eine ist da. Wo sind das beide? Ja, er sind beide. So, der eine wird gejagt. Und ich bin weg. Jetzt ist die Frage, liegt das Teil da noch? Wo ist er? Da hinten. Da hinten. Also, da hinten ist er. Ist da jemand am Jagen? Oder nicht? Oder nicht? Jetzt wieder. Ja. Wieso hebt er ihn nicht auf? Das ist alles. Das ist alles. Wo rennst du hin? Genau da ist er doch. Achso. Ich weiß warum. So. Lass mich nicht heilen. Lass mich nicht heilen. Was wird das werden? Was wird das werden? Was zur Hölle? Wieso hat er das im Keller getan? Und nicht sollte gehen. Das macht am meisten Sinn. Was ist jetzt los? Echt jetzt? Echt jetzt? Was soll das werden? Was soll das werden? Was ist los? Was ist los? Ok, ich darf jetzt wieder mal was. über tünnchen was ist los sowas ist nervig sehr nervig ich hasse sowas was zur hölle es ist so nervig wenn das passiert vor allen dingen da ich sachen verloren habe habe ich vor allen dingen ich habe eigentlich das netzwerk vorher überprüft um das zu verhindern aber nein es passiert trotzdem und diesmal jetzt spiel ich killer mit ghostface mit erdrückende präsenz durchdringendes zittern geflüster und überladen und ich hoffe auch immer noch dass ich irgendwann diese keller sache schaffe irgendwann ich habe keine ahnung was das immer verursacht könnte das hier eine überleben soweit mit friends gruppe sein könnte es sein ein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. So. Yeah. 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 Ich komme So Und hier ran Wieso? Ich werde doch hinter der Wand Ja 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 Und der Die Palette ist weg Ja 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 Wieso bin ich rum mit roten Rängen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hmm, wo gehe ich noch hin? Huh, gut, dann kriege ich das hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.